Hey! 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 Das war cool. Das war die Fallscheime. Danke für das geile Event. Das könnt ihr ruhig auf das machen. War gut. Gut organisiert. Spassig. Nette Leute. Wunderbar. Für mich war es tatsächlich die erste Fallscheime. Ich fand es ziemlich cool. Hat mir gefallen. Einmal freu. Weiter so. Ich wurde überredet. Hab mitgemacht. Hat Spaß gemacht. Wunderbar. Rabatt. Ah, Rabatt! Ja, ganz gut. Der zweite Durchgang nicht so, aber die erste hat gepasst. Hast du alle weggeputzt, ne? Sehr gut. Dann wollen wir nochmal angreifen jetzt. Wie war's? Sehr gut. Schönes Turnier. Alles gepasst bis jetzt. Wir kommen nochmal auf jeden Fall. Wie lief's. Steigerungsfähig. Einmal freu. War ne Mordsgalby. Guck mal, da kommt er. Mit spanischer Gemütlichkeit. Sind sie bereit? Ja. Achtung. 2,65. Mit der Taifun warst du wesentlich schneller wie mit der Barretta. Ja, das liegt nicht an der Waffe. Das liegt an demjenigen, der den Abzug betätigt. Aber hat auch Spaß gemacht mit der Taifun. Selbstverständlich. Aber nochmal, mit der Taifun warst du schneller als mit deiner Barretta. Ja. Es war ein wunderschöner Vormittag. Auch mal da. Ja, auch mal wieder da. Ich mach mal jetzt erster Platz hier. Ich muss den Helmut schlagen. Also, der Taifun ist schon hier. Helmut, was sagst du dazu? Auf jeden Fall. Also, ich guck mal, dass ich besser als Emre bin. Und zwischen Emre und Helmut, das reicht mir. Was sagt der Emre dazu? Das ist machbar. Ich bin Anfänger. Nervös. Achtung. 2,97. Eine Platte steht. Werde mit der Taifun nicht passiert. Richtig? Richtig, ja. Das ist halt so eine Benelli so. Wenn du fertig bist mit Fummeln an deinem Hosenbund, dann können wir... Ich hab April geputzt in meine Tasche. Was hältst du denn jetzt von Emre seinen Zeiten? Demoralisieren sind die. Demoralisieren? Aber deine Flinte kostet doch das Dreifache. Du musst doch besser schießen. Oh mein Gott. Was für Theorien, echt. Ja. Emre, jetzt Taifun wieder. Ja, Taifun wieder. Absolut beste Flinte. Shooter ready? Ja. Stand by. 2,75. Sehr gut. Danke dir. So. Weißt Bescheid, ne? Ja. Achtung. Schüssel bereit. Achtung. 3,4,8. Es war sehr schön. Es hat super Spaß gemacht. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Bombe geballert. War super. Ja, überraschend, aber super. Was ist los mit dir? Ich hab schlecht geschlafen. Shooter, are you ready? Stand by. Schützer bereit? Ja. Achtung. 2,6,6. 2,6,6. Yo. 2,34. Beste Flinte. 2,3. 2,3,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,1,5,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7. Untertitelung des ZDF, 2020